Wir sind jetzt in Zell am Ziller angekommen und fahren das erste Mal nicht Ski, sondern mit der Rodelbahn. Weil wir verschlafen haben und dann nicht rechtzeitig beim Frühstück waren und dann woanders Frühstück gegangen sind bzw. sie brauchten ganz trinkenden Kaffee und dann, als wir dann quasi beim Skiverleih ankamen, war da schon zu. Aber wir haben gedacht, wir gucken uns den Berg trotzdem mal an. Bist du bereit? Machst du das jetzt alles? Ja. Bist du bereit? Oh mein, du bist hin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Machst du mal dein Bestes? Ah! 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 Du bleibst doch nicht! Ah! 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 Ich hab noch nie, das hab ich noch nie gemacht. Cool, ne? Oh! Oh! Wir sind unangekommen. Oh! Oh! Cool! Ich hab Colon. Na ja, das war ja so toll. Oh! Oh! Also, wir haben das immer noch nie zur Reihe. In Hover. Oh! Oh! You're a thing that you know my heart And you probably do So I'm always with you I can stay with you for hours in an empty room Never get bored, never have nothing to do You're my other half, you make me me What makes me smile when I fall down I need to get back up on my feet That's a beautiful thing We're a beautiful thing together Even when the weather is low You're a beautiful thing We're a beautiful thing together Even when the weather is low We can find a rainbow Up in the sky you say Don't you cry, it's all gonna be alright Jetzt seid gut Super Jetzt seid gut Super Wir haben bloß noch keine Ski, deswegen Das hört man bis zu So Und jetzt fahren wir mit der letzten Gondel Tal abwärts Kommt hier nicht hoch Kommt hier nicht hoch Das ist wunderschönes Wetter hier oben Auf 2500 Meter Das ist nämlich gar nicht so einfach sich hier so anzuschreien Weil man sich kaum nach vorne schnitt Man fühlt sich quasi wie eine Insgeheim muss ich erzählen Sie denkt, dass sie als Snowboarderin cooler ist als als Askifahrerin Aber eigentlich ist alles immer nur anstrengend Das ist total anstrengend Die Pocken dauernde rum Schrummeln den ganzen Erd Und wären angeblich die coolen So Jetzt Nimm nicht die ganze Schnee mit runter Ja, jetzt habe ich diese ganze 6er Gondel hier für mich Teresa ist bestimmt schon wieder oben Die ist ein bisschen schneller mit ihren Schienen Und ja, es macht auf jeden Fall mega Spaß Hinten sieht man ein bisschen was Es ist wirklich unglaublich schön hier Und vor allem so ruhig Geheizt Teresa Den Stein abhangen hinunter Nochmal kurz Da Wow Wuhu 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 Wir wollen uns jetzt von euch gebührend verabschieden aus dem wunderschönen Zell am Ziller, wo wir dieses Mal Arbeit und Vergnügen herrlich miteinander verbinden konnten. Und wir hatten wunderschöne Skitage auf dem Berg mit herrlichem Sonnenschein und haben sehr viel geschafft zu arbeiten, haben geprobt, haben neue Ideen geschmiedet für YouTube-Videos und für unsere Konzerte. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr noch mehr von uns sehen wollt, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und drückt hier unten den Abonnieren-Button und nicht vergessen Glocke aktivieren, damit ihr auch eine Benachrichtigung bekommt, wenn ein neues Video online ist. Und ja, jetzt nehme ich dieses altenländische Wesen wieder zurück mit nach Berlin und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann Servus! Oh, oh, oh! Oh, oh!